Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Counter-Strike Global Offensive mit einem Headshot gegen Loki. Einer, äh, Unterholz. Hab ich. Ja, ja, ähm, Jungle. Das ist auch keiner. Einer vor Treppe. Ah, ah, ah. Äh, wir sind auf Mirage. Kurzes Spiel mit, ah, dem kompletten Squat. Ach, shit. Dutch, Loki, Kari und Dinolino. Ah, immer noch einer unter Unterholz. Ich denke, das hat einer gemacht. Ja, hab ich auch. Dann war da noch einer. Schwerunterholz, pack, Mann. Letzter Unterholz oder wo? Warum macht ihr den denn nicht? Kari alleine. Ich muss die Ansage machen. Pst. Ansage jetzt. Ich warte, bis er denkt, dass ich von hier weggehe und hinten umlauf. Andomet, hallo. Das ist Chaos. Das ist richtig. Leute. Ich wollte nur sagen, guck mal nach rechts. Da verstecke ich mich immer. Oh, okay. Ja, hätten wir das erledigt. Wo lassen wir das nächste spielen? Wir sind auf dem kurzen Spiel Mirage. Mirage. Herzlich willkommen, ja, bei Mirage. Herzlich willkommen, ja. Smarsch, Mirage. Äh, wohin? Willkommen im Pinolinos-Stream. Herzlich willkommen im Benton-Stream. Woo. Alles klar, nochmal A. Ich geh jetzt, letzter, ich brauch ne Waffe von euch. Schön, wie kann ich erstmal werben? Yes. Geil, bringt gar nichts. Ich hab irgendwas gesmoged. Ich weiß nur noch nicht was. Ich geh hinten durch, Jungle, ey. Der gibt's doch gar nicht. Gib mir ne Waffe. Ach, oben. Auf, äh, Treppe. Verdammt. Nein, Leute, A geht nicht. Wir müssen woanders hin. Hm. Mitte oder? Wir hatten keine Waffen. Ne, deswegen. Mitte? Wolle ich nicht fragen, ob wir vollkaufen, ne? Mitte? Ey, wir haben jetzt zwei Runden gespart. Da können wir ruhig mal einkaufen, ne? Dritte Runde ist, was? Das sieht halt nachgespart aus. Enddutch auf 0, Pinolinos auf 0. Ich hab nur ein 100. Was wollt ihr? Ich hab nicht gespart. Weißt du doch. Alter, ich hab hier einfach... Oh. Jo. Die Bombe ist down. Mitte. Ja, da ist Dutch noch. Gut. Einer ist auch im Fenster Dutch. Warte. Er denkt, ich bin da. Das ist schon mal gut. Ich hab die Bombe. Ich komm von hinten. Hinter dir auch. Ja, hinter mir war einer. Wie kam der da hin? Der ist unten angelaufen. Nein, scheiße. Hab ich auch gemacht. 94 Schamanen im Gang nach B. Jo. Mein Gott. Nee. Karjalan. Mit meiner AK. Ben, benutzt du den Green Screen? So schnell ab. Entschuldigung, ich hab die nicht verstanden. Benutzt du einen Green Screen? Ich benutze einen Green Screen, ja. Ich hab null Platz mehr in meiner Wohnung. Man sieht das, weil wenn es komplett schwarz ist, sieht man den Green Screen. Echt? Also sieht man die kompletten Umrisse. Scheiße. Bi, 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 bi. Oh. Ja. Ich hol mir den in der Mitte. Ich hol mir den in der Mitte. Mitte hab ich. Alter, noch einer im Fenster. Hä, als wenn die Bea leiden lassen. Bea ist clear erstmal. Ich seh nix. Was? Plenten, Plenten, Plenten. Der war geil, Kaffi. Ah, endlich hat das einer gesehen. Wo war der denn? Im Shop. Hab ich. Oh, ihr dürft euch was wünschen. Ihr habt beide gleich dasselbe gesagt. Chip Solak. Wie hat der das gemacht? Hast du das gesehen, Loki? Jo, hab ich. Was heißt von hinten? Über Apartments. Genau da. Zieh da hin. Einer war Weinkeller eben. Nice. Kommt noch einer. Shop Shop ist einer. Ne, doch einer. Uuuuh. Ja, ich chill mich mal hier hin, während Dutch alles macht, ne? Will dat hier einer? Nehm mit. Ach, scheiße. Was ist das denn für ein Rott-Spiel, Alter? Oh, was ist hier los? So, los. Taktik, wohin? Ja. Die rennen jetzt bestimmt auch auf B. Das heißt? A, lass A versuchen, oder? Wir versuchen A. Palacios, ja, Palacios. Milonino, schleichen, ab jetzt. Mit ist leer. Ach, Mann, Alter, ich hab keinen Bock mehr, ey. Ach, egal. Ja. Einen hab ich. Zwei sind im, äh, hier im, äh, Palacios. Palacios, Palacios. Einen hab ich. Einen anderen hab ich nicht. Ich hab die Bombe verloren vorm Palast. Schade. Ach, Treppe ist noch einer. Obendrauf. Scheiße. Ja, überlebt noch mehr. Lol. Was? Wie viel Akash ist das? Mann. Scheiße, Nachladerei, Alter. Wo war der letzte? Äh, vor dem Eingang zum Palast. Da liegt noch die Bombe. Da, da. Anderer Eingang. Das ist Ausgang. Wo hab ich da liegen, ey? Ey, jetzt, jetzt nicht das stimmt, Malto. Alter. Könnte um die Ecke stehen oder auf dem CD-Punkt. Nimm die Molotow mit. Mach du mich dir ein bisschen wat. Müssen auf der Treppe liegen, ja. Da ist er. Du hast die Bombe, du hast die Bombe. Ja, wasser. Der ist einschneller als ich, der kommt auch schon recht. Jalla, jalla. Kannst du da blenden. Ja. Ja, ist er schon. Wie hat er das denn gemacht? Keine Ahnung. Direkt losgerannt. Ja, Karin hat er noch geschossen, da ist er gerannt schon. Guck mal. Der kann den Fusor, oder? Ja, aber dann reicht ja locker. Ja. Ja. Ja, wird. Gute Folge. Machen wir nochmal. Acht Kills auf jeden Fall. Ja. Geh mal mit, komm. Mitte, Mitte. Oder ist das hier wieder ab, oder down, oder so? Ja, Mitte, Mitte. Ja, ich weiß. Rechts ist er. Schau, bitte. Connector ist einer. Ja, ich hab die Bombe, können die kommen? Geht ihr durch? Ja, ja, komm. Mach, mach, mach. Ich guck, Mitte noch. Jo, Connector ist der letzte. So, FB geplantet. Hat mich. Hat 23 HP. Jo. Puh. Der geht über Shop vielleicht. Bin hinterm Auto. Jo, der geht Shop. Oh, juckt! Harry, geh schon mal rüber. Ich spiel voll Risiko hier, ey. Der geht CT. Nein. Geh weg, renn weg, benden, benden, renn weg. Aber er ist schon da. Ist egal, er schafft es nicht mehr. Verrabt. Aber er hat auch nicht überlebt. Und die noch messern. Haben wir gesehen. Oh, was machen wir. Rampe oder wat? Normal. Mach mal den selben Scheiß normal. Okay. Mach den selben Scheiß nochmal. Was hatten wir vorhin gemacht? Achso, ja, Mitte. Mitte. Kurzzeitgedächtnis. Mit Messer rennen, mit Messer rennen, Dutch. Ja, ich hab ein Messer. Was? Da riecht ich doch nicht um am Laufen. Warum? Oh. Fenster oder Connector? Fenster, Fenster. Hab ich. Fenster hab ich rein. Okay, doch nicht. Von Connector ist auch einer. Hab ich auch. Hast Sinn. Noch einer irgendwo da in der Mitte. Einer muss nach hinten gucken. Ich guck nach hinten. Du? Hey, Short. Hat Hits. Du? Jo. Äh, du arbeitest doch im Bauhaus, ne? Wo? Nein. Ich hab ich von den Schott. Bauchschop Großhandel. Wann für Nien? Wohin, Leute? Großhandel. Ja, A, oder? Großhandel. Über Mitte oder Außen rum? Flash of B. Connector kommt jemand. Hab ich. Nice. Wenden. Haben wir die Bombe? Ja. Ja, Bombe los. Bom, Bom, Bom. Cari, Cari, Bombe, Cari. Ach, ich hab dich. Ich mach das auch so, weil bis Cari kommt. Ja, das dauert ja ewig, ey. Ehrlich. Hammer. Wieso bist du auf die Bombe? Das heißt, das ist der Job. Ja, aber die hat diese Weile gelernt, killen zu killen. Das ist alles, man steht mit mir mit dir. Was machen wir? Mr. T, sag mal was, Loki. Spiel denselben Shit nochmal. Noch mal zu mitten. Ah, ja, sicher. Okay. Ich mach mal die Granate-Bombe weg, damit ich nicht... Wenn gefrust. Da ist einer im Fenster. Schön, hinten einer gucken. Ne, hinten einer. Ich guck hinten. Jalla, jalla. Schön, erstmal alles durch. Ich hab hier Scheiß drauf. Manier, bitte. Da kam zumindest die Granate hin. Was ist denn in der Mitte? Juck. Toll. Das ist einfach durchschwer. Freu ich mich. Habt ihr den hinten? Fenster einer. Fenster hab ich oder irgendjemand. Connector einer hab ich. Connector weg. Okay, einer übrig. Geht auf B. Ach nee, ach nee, ach nee. Ach, der Trott-Sniper, mein Gott. Alter, ich weiß. Nein. Nice. Das war nice. Das war richtig gut, oh. Schön gemacht. So. Oh, ich hoffe, du hast schon online bezahlt. Bei Paypal oder so. Hab ich. Gut. Dann geht das ja ganz fix jetzt. Wie teilen wir es auf? Ja, wenden wir immer. Das spielt schon wieder hier der Heslon vom Dienst. Hammer, ja. Das ist die einzige, die schlimm flossen mit in die Wüste. Übelst, ich wollte gerade sagen, übelst du Wüstenwettel. Wer schießt denn hier rum? Die gehen auf A. Ja, die gehen auf A. Ey, wer schießt hier so? Hä? Ach, hier ist eine Decoy. Leute, La Rampe 2. Komm, Loki, sie fallen in den Rücken. Oh, unten einer. Wie ist das denn passiert? Unten auch ins Fott. Alter. Wer ist hier da sein? Ich sieh's vielleicht, naja. Pst. Wir sind schon wieder auf. Nee, der hat nicht gesehen. Hier war einer. Okay. Der hat mich doch nicht gesehen. Scheiße. Ach, da ist einer. Jo. Oh. Das war gut. 44, den kriegst du. Geradeaus durch. Rechts. Der rechte Nälte ist rechts, rechts, rechts. Bänden rechts. Jungle. Wo ist geplantet? Da. Da gibt der mit Hedder, das kann doch nicht sein. Wo hast du denn hingezielt? Ja. Ja, in die Luft. Hans Gucken. Hans Gucken? Das hat er gemacht. Hans Gucken? Hans Gucken in der Luft. Hans Gucken in der Luft. Hans Gucken in der Luft. Ach. Hallo. Antonios. Come on, come on. Antonio, an der das? Der Flosken, Mann. Der Flosken, Mann. Der ist voll hässlich, Mann. Ihr habt voll den Hässling erwischt. Der ist wirklich scheiße. Aber egal. Ich glaube, ich muss nochmal spannen auf 9. Schritte, 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 Schritte B. B? Alter, wie hat der mich denn getroffen? Ich gehe B. Oh. Oh. Ich gehe Mitte gucken. Ich gehe über Shop. Ich gehe über Weinfäller. Zwei sind drauf. Wir sind B, ne? Stopp! Shit. Ich komme über Apartments. Hat mich gemacht. Du bist alleine. Oh, Alter. Gibt's doch gar nicht. Einer hat minus 70, einer minus 40. Einer minus 30. Die zaktivieren erst mal. Oh. Oh, mein Gott, ihr Gegzogen. Machst du, Mann. Du verworst mich voll, ja. Wie du Lino macht, was er will. Ach. Ja. Ich merke das. Das war knapp. Das war sehr knapp, ja. Das war richtig knapp. Das war sehr knapp. Ach. Ach. Hände sind defuser, gar nicht gesagt. Versteck dich einfach, bis die wegrennen und versuch da zu defuse. Ach hier, könnt ihr die sehen? Guckt mal, hier. Guckt mal. Mann, wo denn? Ich habe doch alle Ecken abgeguckt. Ich verstehe es nicht. Uh, nice, Locki. Was hat er gemacht? Ich weiß jetzt nicht, auf was ich achten soll. Das ist eine bunte Waffe. Auf die Waffe. Krass. Flossenmann leitet mich. Flossenmann hat den Plan. Ja, weil die haben gesmoked auf Short. Oh, Entschuldigung. Irgendeiner flasht mich hier. Ja, Entschuldigung. Ich bin durch. Komm bis A, okay. Pell ist einer. Pell ist einer. Scheiße. Scheiße. Ich verbrenne hier und sehe nichts und... Connector habe ich einen. Das ist echt verbrennt, geil. Ja, ich habe nichts gesehen. Ich war geblendet. Also ich gehe Palace. Der Feuer, Alter. Was? Palazzo ist rein. Einer ist Connector. Einer ist hier. Einer ist hier. Binolino alleine. Schon wieder? Hinter dir. Hinter dir. Doch, hinter mir. Nein. Du siehst, da habe ich direkt einen gemacht. Was, Diffuser? Du hast Diffuser. Warte, bis wir wegrennen und defuse. Jetzt. Nein, du hättest warten müssen, bis die wegrennen. Nein, du hättest noch. Ja. Sehr gut. Wie asozial. Der Move. So schön. Das war richtig krass, Junge. Das war... Junge, das war Hammer. Der Move, Junge. Gib High-Five-Flosse. High-Five-Flosse. Das war dieser geile Hut auch, ne? Hammer. Vor allem dieser Rucksack hier vorne. Was soll das? Der Rucksack hier vorne. Was soll das? Der hält Kugeln ab. Ich könnte zwar unter Wasser spielen. Ich bitte. Noch eine Flash. Mindestens zwei. Boden. Frei. Amp ist frei. Einer durch. Sind die B? Ja. B. Im Smog. Im Smog. Im Apartment habe ich. Ja, ich komme von hinten. Ah, nein. Nein, scheiße, Mann. Ach, das war so dumm. Ich hätte einfach mal schlechter. Ja, sauber, Kari. Den holen wir noch. Den holen wir noch. So. Es könnte jetzt wieder A werden. Das ist zu eng, aber ich habe einen Taser. Ja, das ist zu eng für Taser. Also ich brande mal. Sie raten. Okay. Okay. Hey. Mitte ist gesmoked. Habt ihr gesmoked oder die? Keine Schritte. Die war auch nicht. Oh, hier sind Flashes, alles ist hier los. Mitte ist einer. Fuck, Palace ist einer. Ach, fuck, ey. 78, der kommt jetzt vor. 98 weg im Palace. Scheiße, die sind hier überall. Palace auch. Oh, sorry, Kari. Kari? Nice. Als ob, Kari. Der hat sich gesehen. Bitteschön. Die Schnitz-Loki-Gang sehen, hat er gesehen? Ja, und ich habe die voller Seite gemacht. Das scheint so lecker. Zwischen die Trette und den Puzzle. Nein. Puzzle. Unten aber. Sech dich weg. Oh. Joga. Hat er denn 16 mehr als er braucht. Alles gut. Ja, Mann, alles gut. Seid ihr denn so nervös? Loki kann das. Drama, Jungs, Drama. Dutch, guck mal hier. Dutch, hier. Knappus, Mappus. Geht jetzt B. Krass, ich sehe nichts. Achso, diese Türkise. Genau. Krass. Gehen wir jetzt zu dritt auf B hier. Äh, einer ist durch schon. Puzzle, pass auf, Kari. Keine Schritte. Ja, ich gehe schon mal Richtung A. Ja. Ach, Mann, ich habe keinen Bock mehr. Hier sind ein paar. Puzzle, Rampe, Rampe noch einer. Bombe down. Bombe down. Einer nur noch. Puzzle ist einer, der letzte in der Ecke. Puzzle. Ja, dann, Puzzle, Junge. Kein Ding. Puzzle, erst mal hier. Nicht mich Puzzle. Zu zweit habt ihr alles das gemacht. Perfekt. Wir können nicht mehr verlieren. Sehr gut. Kann ich mir jetzt auch ein Kit kaufen. Da ärgern die 12, sich aber zu Tode. Und ich habe sogar schon Benden überholt. Ach, das Spiel ist ja gleich vorbei. Schon eine Runde davor. Die gehen jetzt wahrscheinlich nicht nochmal A. Nein. Ich habe sechs Pills beigetragen. Das muss reichen. Lunch macht alle anderen. Oh, Flash auf A. Flash auf B. Schritte. Rampe frei oder was? Ja, Quelle ist auch frei. Ja. Oh, Gott, Alter, der hat über meinen Kopf geschossen. Rampe ist da auf rein? Ja. Oder... Wo sind die? Mit ist keiner. Die sind alle wahrscheinlich auf B schon. Ja. Ja. Ja, la. Komm, Kari, wir gehen auf D. Covering smoke. Bomb is down. Down for apartments. Also... Bomb is down. Guck, einer Reinkeller. Weinkeller. Ich bin in der Mitte. Hier, Locki. Mein Keller von Mitte ist da. Alter, als hätte ich den nicht machen. Wie schlecht habe ich denn geschossen? 60. Ey, wo kommt die Flash her? Ja, sauber. Das war ich. Ich habe da Granate und Flash hochgefrofen. Ich habe das weg gesehen. Alter. Ich war richtig schlecht. Wir machen eine Doppelfolge draus. Ich bin mal eben kurz 5 Minuten raus. Ich bin sofort wieder da. Geht das? Ja, ne? Ja, ist das nicht scharf. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Also wenn wir die Runde jetzt gewonnen haben, dann werden die von der Elo die nächsten mega hart. Ich gehe mich mal eindecken mit Zucker und so etwas Zeug. Also Alkohol. Nein, weil das gestern genau das Gegenteil bewirkt hat. Dass ich jede Runde verloren habe mit Bänden. Aber jede Runde. Ich habe kein Alkohol getrunken. Darauf kann ich nicht schieben. Ja. Vielleicht müssen wir die Rollen einfach tauschen. Du trinkst und ich nicht. Oder so. Leute, Leute. Never change a running system. Ja, das stimmt allerdings. Außerdem, ein bisschen Mitleid. Ja, Dutch muss morgen arbeiten. Mein Wecker ist um 4.20 Uhr. Was? Oh, gleich wieder. Ich bin kurz weg. Okay, bis gleich. 4.20 Uhr. Ich fange um 6 Uhr an. Seit wann? Schon immer. Okay. Ich muss spätestens nach 5 Uhr losfahren. Das ist Liebe. Ach, scheiße. Fahr vorsichtig. Ich muss doch die Runde zur Tankstelle fahren. Mal Reifen auf Pumpen möchte. Ja. Hast du das andere Auto mal getankt? Ich fahre die ganze Zeit mit dem Fahrrad. Ach so. Ja, ab morgen soll es aber regnen. Ja, und? Ich habe unter Regenkleidung. Ja, ja. Nur zur Info, da sind all Wetterreifen drauf. Das ist Premium-Content für meinen Stream gerade. Den Mirage nehmen wir dann raus. Und jetzt machen wir ein langes Spiel, oder? Ja, dann mache ich mal mehr als 2 Kills vielleicht. Okay. Ja, sorry. Das war noch... ...vom letzten Mal. Dann habe ich gesagt, wir machen Doppelfolge. Ich habe die Folge noch nicht beendet. Muss ich rausschneiden. Ja. Nur dran denken. Stell ich auch mal wieder auf langes Spiel. Kann man jetzt nicht auch eine private Spielsuche machen? Kare und Dutch gegen die anderen drei. Ja, schade, dass das nicht so geht, ne? Geht das ja nicht jetzt? Kann doch hier jetzt private Spielsuche. Geht das nicht? Ich stelle sie einen neuen Spielsuche-Code und teile sie ihn. Ich wollte nur sagen, bei Deathmatch habe ich 5 Kills geschafft. Hab ich noch einen Stern mehr. Scheiße, Alter. Ich bin ja voll leer gelaufen. Ich bin ja voll leer gelaufen. Oh Gott. Ich brauche ja schon wieder Luke. Das war heute auf Arbeit echt bitter. Das ist sehr bitter, ja. Thorsten? Wo ist Thorsten? Prei. Fuck. Fuck. Ich bin aber leider auch an meine... ...flasche gegangen, die ich normalerweise in der Tasche mache. Aber sonst hätte ich dir noch was geben können. Eigentlich habe ich auch immer ein Fläschchen Vorrat da. Ja, und das scheiße, ich dachte, da ist doch was drin, als ich heute Morgen das eingepackt habe. Ich dachte, du gehst auf der Arbeit nicht raus. Was, mache ich auch nicht. Aber heute ist... Dutch hat sie zum Spielen eingeladen. Dutch hat sie zum Spielen eingeladen. Einfach so. So, jetzt muss ich mal hier ein bisschen Opa-Gicht ablegen. So, könnte mir ein Gefallen tun. Yes, Gary. Können wir alle bei Bänden in die Lobby rein? Wieso? Dutch, du bist einfach zu stark. Dein Account-Elo ist zu hoch. Lass Sascha suchen. Bänden suchen. Okay. Aber ich bin doch nur Silver 4. Ja, das heißt nichts. Und der ist Silver Elite. Ich fühle mich persönlich angegriffen, but I appreciate the pun. Ich wette, wir werden jetzt eine ganz andere Sorte von Gegner bekommen, wenn er sucht. Ja, bessere. Nein. Nein. Ja, aber wie wollt ihr das denn wissen? Der ist doch ja... Das ist ein Gefühl. Ich unterschätze nie das männliche Bauchgefühl. Was? Du denkst mit dem Bauch? Das ist mein größtes Organ. Man sollte immer mit dem größten Organ denken. Okay, dann höre ich mal auf, mit den Eiern zu denken. Die sind jetzt eh in einem Schränkchen. In einem Schränkchen? Prost. Aha. Wieso? Prost. 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 Noch nicht. Er meint, weil ich jetzt verlobt bin. Ach so. Wuhu. Eins in den Chat. Wuhu. Wuhu. Wer ist das eigentlich gemacht? Ähm. Das fragen wir uns alle. Seit er angefangen hat, sie zu daten. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, ihre Frage war anders gemeint. Ach so. Entschuldigung. Wir stehen nur zwei Frauen untereinander. Ich habe, ähm, du kennst doch diese Glaskuppel mit der Rose aus der Schöne und das Biest. Ja. Ich habe so eine Glaskuppel mit Holzboden bestellt, da Füße dran gemacht und Elektronik reingebaut, die an eine Lichterkette angelötet. Und die sind dann durch, und die habe ich dann durch die, ähm, um die Rose herum geführt und die Rose in diese Glaskuppel gesteckt. Und dann habe ich diesen dünnen Leuchttrad so gemacht, dass die Rosenblätter von innen aus der Rose her außen auch leuchten. Und habe dann hinter der, hinter der echten großen Rose eine Fake-Rose dahinter versteckt. Und die Fake-Rose dahinter kann man nur sehen, wenn man dann die Kuppel seitlich dreht. Von frontal kann man die nicht erkennen. Mhm. Und dann war diese Rose eine Fake-Rose und aber dieses Rosenblatt oben, oder die Rosenblüte, die war aber eine Ringbox. Und da habe ich das Ende vom Kabel reingetan, sodass wenn man die Ringbox aufklappt, dass dann die Ringbox von innen beleuchtet ist und von oben das Licht auf den Verlobungsring schaut, erscheint. Und dann habe ich ganz kräftig ihre Heimatsprache gegoogelt und dann ihren Antrag in Telegoo gemacht. Nein. Hast ja richtig Mühe gegeben. Alter, da kann kein Mensch auf diesem Planeten mehr toppen. Voll süß. Ja. Ich bleib singel, das tue ich mir nicht an. Nope. Gar nicht. Okay. Ja, das schön. Du hast noch gar nix gefragt. Ja. Was, was, was? Oh. Oh. Ey, wir hatten so viele Kerzen in der Bude, dass fast die Bude weggebrannt ist. Bei mir war alles dunkel, damit das Leuchten von der Rose besser zur Geltung kommt. Ja, und was habt ihr vorher? Was gemacht oder einfach so? Ja, das habe ich in Urlaub gemacht, dass sie in Winterberg gefahren sind. Ich habe da extra für uns was gebucht. Also so, die Reise Winterberg war ihr Geburtstagsgeschenk und deswegen hat sie das so gar nicht damit in Verbindung gebracht, weil sie dachte, sie kriegt ein Geburtstagsgeschenk. Sie hat auch erst mal nicht gecheckt, dass da eine Regenbox drin ist. Hm. Und wann, wollt ihr dann heiraten nächstes Jahr? Oder? Ja. Der Druck wächst. Ja. Erst wenn das Dato steht. Ich hatte mich jetzt mein ganzes Leben seit ich Karikana auf diesen Moment vorbereitet. und ich bin trotzdem nicht vorbereitet. Ich habe noch so viel zu erledigen. Wir machen eine Bino-Dino-Dino-Dino-Pause. Anscheinend, ja. Fünf Minuten hat er gesagt. Ja, dann. Ja, dann. Ja, du bist der Teamlighter. Gelegenheitsspiel, Gruppe Delta, Gelbscheitel, Amazone, 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 was? Das wollte ich auch gerade sagen. Dieses Gelegenheitsspiel aus Woche 6 an, damit ich da meine Sterne holen kann. Aber warte, ich bin einfach unruhig, damit ich eine Chance habe. Äh, mit sieben Abschüsse mit einer Waffe eines fremden Spielers. Ach, da kriegst du hin. Du musst nur hoffen, dass du genug dabei hast, die ihre Waffe wegschmeißen. Das weiß ich, ich muss 8 Skills machen. Ja, aber mit einer anderen Waffe. Nein, aber am Anfang tauschen alle. Ja. Naja, bei mir hat keiner getauscht. Ich musste mal voll schnorren da. Aber du die einzige, was immer gestorben ist. Ja, auch. Ja, auch. Super Idee, ey. Wir warten. Yo, ich muss kein Schlaf, ey. Wir nutzen die Verzögerung und checken den Luftdruck des Balls. Oh, apropos Fußball. Wie steht's? Ich schaue nach. Ich bin da mal. Amporbon, Bälle. Dampstadt gewinnt 2 zu 0 für Hoffenheim. Hoffenheim. Nein, der Schalk hat wohl wieder verloren. Oh, Hoffenheim, Hertha. Ey, tippt man einmal auf die Spakus aus Berlin. Ich geh kaputt. Da schauen wir doch direkt mal nach. Dies hat der blöde Benton nicht getan. Er hat auf einen Unentschieden getippt, was noch möglich ist. Hm. Hm, Schalk hat verloren. Ah, ha, ha. Schalke Dritter. Okay. Ist der jetzt der Esser, aber jetzt nicht die Pizza, oder? Bestimmt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar mit Messer und Gabel. Und Serviette. So ein richtiger Spacko. Er telefoniert gleichzeitig gerade mit seiner Freundin. Ja, stimmt. Weil er hat ja sturmfrei... Wenn wir ja da... Richtig, mit Monokel. Und sagt so Dinge wie in der Tat. Die hat ihm dann auch mal Pulli angezogen. Wahrscheinlich hat er auch noch so ein gutes Buch dabei. Schatz, ich zocke doch mit den Jungs. Ma, ich wollte gerade nachmachen. Okay, dann kann ich ja wieder zeugt, Schatz. Sorry, Schatz. Nein, Schatz, ich zocke nicht mit den Jungs. Ich hab doch keinen Spaß ohne dich. Niemals. Warte, ey, der ist da. Warte, ey, der ist da. Das hat die ganze Zeit so gehört, der Geier. Hat mich schon auf laut gestellt. Bestimmt. Ja, ihr kennt das auch. Ihr kennt es doch. Ne, Binolino war gar weg. Ja, so, ich wollte schon sagen. Düm, 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 düm. Wie nur, Lino isst seine Pizza mit Servietto und Pizza und Garten. Jetzt, Leute, jetzt geht ab. Gott, stimmt nicht, bitte. Jetzt geht ab. Was? Banton. Hm? Wer war das? Kennen wir das? Das kennen wir, das kennen wir. Ja, die ist eigentlich voll cool. Die ist super cool. Ja, die ist super cool. Die würde ich gerne öfter spielen auch. Nein, nein, das ist Brain. Dann ist die, wo du Mitte auf die weiße Kiste boostest. Hä? Hä? Also auf einem Bombenort steht ein LKW. Tut es in vielen Maps. Zum Beispiel in Mirage steht auch ein LKW. Du hast eigentlich den Streit zwischen... Nein, wo steht denn ein LKW? Hier steht ein LKW. Ach so. Keine Seite. Die kenne ich nicht, die hat. Doch, die ist... Doch. Einfach mal... Hast du den Streit zwischen Martin, mir und unserem Quotentürken mitgekriegt? Nö. Wir haben es mit der so... Bei Martin zu ihm... Weißt du eigentlich was? Ach, da ist sogar ein Panzer, ja. Was auf der türkischen Fahne ist? Das so, ja, ein Stern. Nee, hier ein Halbmond. Und er so, nein, da ist eine Sichel drauf. Ich so, nein, da ist ein Stern. Hier ein Halbmond drauf. Da ist ein Sichel-Mund drauf. Und ich so, ey Quoten, ey Quote, komm mal rüber, ne? Dann hab ich ihm erst mal die Flagge von der UDSSR gezeigt. Als wenn er sich da rein smoked. Mit ihm. Das smoked man. In der Aufwärmphase. Das kann nur Dutch gewesen sein. Warum sagst du so? Nein, wir können es ja auf Waffen kaufen, ne? Das ist ja... Ja, auch richtig. Jo, danke Arsch. Ich hab mir gerade eine gekauft. Ich hab sie. Sogar eine Granate. Ach, und links kann auch kommen. Ja. Mann, ich muss schneller kaufen. Kann ich nicht mehr kaufen, weil der mich immer weg macht. Ich bin immer in der AK hier. Danke. Der linke weg schon? Alter, die drücken schon wieder. Ja, ey. Oh, geil. Ja, mit einer Waffe hab ich ihn gemacht. Hey. Weiß die Waffe nicht weg, die brauchen wir gleich. Oh, ich hab die Bombe. Alles klar. Oder wir sind einfach schon so nah an Gold, dass wir merken, wir sind kein Goldmaterial. Nein, das ist einfach. Rennen wir wie alle Spackos auf A? Ja. Alles klar. Spacko-Zeit. Weil Cari wollte, dass Benden sucht. Und deswegen ist halt jetzt hier alles so passiert. Mhm. Weil ich hab Catch nämlich nicht gesucht. Wann ist das überhaupt hier wieder? Ja, so eine Map. Einer vor der Tür. Ja, rechts ist der. Kommt noch jemand. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf sein Gehirn zählen. Links am Gabelstapler ist einer. Hat mich. Ich hab Bombe verloren. Ich hab die Bombe wieder. Oh Gott, ich bin hier eingekleppt. Echt zu links ist einer. Hinter uns. Scheiße. Oben gerüst. Hab ihn. Und hinten, hinten, zwei sind hinten, zwei sind hinten. Das ist der beste Name, AFD-E-Sport. Warum weiß der schon wieder, wo CT ist? Boah. Weil ich... Einer ist dann noch hinten, einer ist dann noch hinten. 31. Wartet. Ihr habt beide auch keine, HP mehr. Ich muss Schritt hören. Weg vor dir. Ich hab' abgelenkt. Ich glaub' du hast, Cari, bist ja verwirrt. Ich bin eine USB. Nee, hab mich alle verwirrt. Außer Gänchen. Der war gut. So. So nämlich. Brauchst du nicht gegen mich schießen? Boah, ist die verranzt. Die war so. Mein Gott. Guck mal, wir jetzt. B? A. Guck mal, A. A. Cari, ich könnte dich hochboosten. Dann kannst du Mitte gucken. Es geht. Guck mal da hin. Du musst hier. Und dann ist... Wenn du oben bist, ist da Mitte. Jo, am Fenster war einer. Jo, da sind zwei in der Mitte. Jo, da hinten. Und oben wieder einer, oder? Hinten CT kommt vor. Ja, wir haben, äh, zugebrandet. Und hinten kommt einer von hinten. Zwei CT. Zwei hinten. Oh, hinten minus 70. Hab ihn. Scheiße. Ich bin hier irgendwann das... In der Tür. Blaue Tür. Der kann ich nicht mehr zu rechts. Nein. Wie, du, du hast mich gemacht? Tür und CT. Wer ist von dir? Noch einer? Spot. Ja! Ja. Alles wieder gut gemacht, Pinolino. Alles gut, kein Thema. Voll gerne. Schießt wieder nicht gut. Lass nochmal auf. Okay. Machen wir jetzt die ganze Zeit. Okay. Letzte Runde gehen wir... Ich muss mich nur nicht umgewöhnen, weil ich B nicht kenne. Und letzte Runde gehen wir dann auf B. Du, mich, ich dich. Äh, ich dich. Jetzt die Bombe booste mich. Oder ist B, beziehungsweise. Oh, die haben schon gesmalkt. Ich geh zur Tür. A ist, glaub ich, ich hör nix bei A. Ja, doch, die haben hier gesmalkt. Mitte ist nix. Ich kann einmal die Tür aufmachen, zur Ablenkung. Ich bin durch die Tür gegangen. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab gerüst. Einer Komponenten. Ich geh durch. Hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Direkt rechts. Kann ich planen? Nee, der steht da hinter der Kiste. Rechte Seite. Da. Ach. Bino allein. Du hast dich aber weggedreht noch. Du bist. Biss. Machen wir jetzt? Ich hab Echo. Hm. Ja, könnt ihr auch mal eher sagen. Ja, könnt ihr ruhig eher sagen. Ihr könntet auch Tab drücken. Einfach Tab drücken. Mehr ist es nicht. Dann könnt ihr die Tabelle sehen und das gilt, was jeder hat. Ohne, Kari. Ich wollte die Dose treffen. Alles gut. Ich bin gewohnt, von euch geriefed zu werden. Oh, da geht's gar nicht dran. Links ist einer noch. Oh, die haben ich voll mitgekriegt. Oh, ich hab mal ausprobiert. Ich drehe eine Rund. Er auch einen Rund. Auf den Spot noch. Und oben, Heaven. Da oben war grad einer, Kari. Ja. Der rennt hier irgendwo rum. Oben, oben. Genau da. Nein. Ratsch, Heaven. Über dir, Heaven. Ja, was soll ich machen? Rückgehend schleichen und ihn töten. Rückwärts. Nicht da lang. Ja, das ist Korb da oben. Ja, dann geh rückwärts. Ach, ich dachte, ich hab ne Ding. Ja, geh rückwärts. Meine Fresse. Wie geil. Fällt dir da wieder runter? Sch. Und renn da hin. Rückwärts laufen hoch, hoch zielen. Dodge. Ja. Aber sonst gut gemacht. Ja. Mal machen. Genau. Mal Mitte. Wie kommt man denn da hin? Einfach bei A hier in der Tor rein. Ja, geradeaus. Hm. Einen boosten? Vorher? Äh, okay. Da oben. Ey, dieser Lackshot. In so'n Fenster da. Scheiße. Scheiße, ich hab mir die Bombe. Sag doch was. Boah, der hat schon auf mich gewartet. What the fuck? Nice, mate. Boom. Boom, help me. Ich dachte, helpen wär da hier dieser Schacht. Nein, das ist Schacht. Achso. Wir gehen A. Wir haben ne Waffe für Mitte. Nö. Doch, ich. Nee. Trust me, I'm in Bison. Okay, ja, alles klar. Dann geht ihr schon mal. Wir haben uns gar gesmaukt. Das hab ich gemacht. Mitte Tor. Oh, ich hab die Bombe. Oh, ich hab die Bombe. Links ist einer, glaub ich. Musst mich mal hier hochwenden. Ja, direkt links an dem Auto. Ja, hier ist einer. Ey. So, um. Seid nur noch zu zweit. Oh, Bino, Lino. Nein. Alleine. Das war unglücklich. Ich hatte beide gemacht. Vielleicht geht's schon gut. Oh, ich hab die Terroristen gewonnen. Ja. Scheiße. Boah, miese Sache. Trotzdem A. Ah, jetzt hat Carrie eine Waffe für Mitte. Alles gleich, Bustin. Get ready. Das ist ein langes Spiel. Denk dran. Wir müssen nur fünf Runden holen. wieder an einem gelben Scheiß-Auto. Einen habe ich aufs Spot. Ich habe aber nicht den am Gabelstabler. Ah, hinter mir. Okay. Ja. Voll gerne. Oh Mann, ey. Ich bin mehr mit Molokovs und so arbeiten. Der Westen hier ist richtig hart. Auch. Machen wir? Ja, du könntest dich als CT einfach überall verstecken. Machen wir, was machen wir, was machen wir. B. Wir lenken ab auf B. Oh, der war schön, der Avenger Freak. Pass auf, hier hinter der Kiste kann einer sein. Aven wieder wahrscheinlich, oder? Wiss nicht. Aven, jo. Abi, Aven habe ich. Wir sind drauf. Nee, immer noch einer helfen. Mit AWP. Weckgeschmissen hat er die Waffe. Unten. Eine habe ich irgendwo erwischt. Da ist noch einer unten. Aber mal lokal, der ist unten im Gang. Unten links im Gang. Einer. Rechts an der Smog vorbei. Da, wo die Brand war, ist der. Sauber. Ey, die Hütte wäre nur in der Mensch. Das ist nicht. Ich wollte nur sagen, die Taki-Kack funktioniert. Hätte ich die Bombe auf A gehabt, hätte ich blenden können. Na denn? Also, rennt A, B. Ich gehe auf A, schleiche. Na gut. Versuchen wir mal. Na mal los. Ich lasse mir Zeit. Mann, ey. Alter, ich schieße so schlecht. Scheiße, hier war doch einer. Oh, ich habe die Bombe auf A verloren. Letzte ist auf A. Okay. Sauber, Loki. Spielt's hervorragend. Wir spielen hervorragend. Wir sind ein Team. Wo war er denn? Weißt du das noch? Ja, mitten in der Mitte. Okay. Wir gehen gleichzeitig rein. Ich bin hinten bei der Tür. Ich bin Rolltreppe. Und los. Ich bin oben. Ein, zwei, drei rein. Ich hab die Bombe nur. Sauber. Flashback zur Freude. Ich mag irgendwie diese Map, aber die ist echt schwer. Ja, müsst ihr ein paar Mal spielen. Ja, mal spielen, genau. Ansonsten ist ja eigentlich ganz cool. Geht's los. Oben versteckt sich immer einer im Heaven. Immer. Einer hinten im, äh... Jo. Windraum. Hinten durch, Connector. Anders durch, jo. Pass auf, Natsch. Okay, ich bin hinten im Windraum. Einer war, glaube ich, auf dem Spot. Ah, ist frei. Einer ist auf dem Spot direkt links um die Ecke. So, ah. Alter, links und geradeaus durch. Hab zwei. Zwei. Heaven ist da wieder einer. Alleine. Ach, ne. Eins gegen drei. Geht doch. Das Fadenkreuz. Drück, shift, dann läufst du die Schreie noch. Läu... Drück, shift, wenn du läufst. Läu... Läu... Panik-Modus! Der schießt von hinten. Immer noch. Wieso drehst du dich nicht auf? Alter. Panik-Modus! Braucht er da kein Geld, ja. Würde gerne AK nehmen. Auch wenn ich sie nicht verdient hab bis jetzt. Danke. Es ist Zeit, mein Bruder. B verkacken wir irgendwie immer. Nein. Binolino, ich verlaufe dir mein Da, ja. Verkacken alles. Was machst du, ja. Ah. Was Kari den Entry Frick machen. Ach, da kann man so einfach auch gehen. Der hat AWP-Schuss überlebt. Sauber. Ach, ja, ne. Ja, nicht zweifel. Ah, kacke. Ich hab gerade Granate gezogen und da steht da. Ich hab gerade eine richtig abgekriegt. Hä, so, also hab ich... Oh, 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 oh. Sehr gut, Benton, sehr schön. Hier war aber noch einer. Da hinten durch. Ja, ich muss erst mal hier durch. Ich guck doch da hinten. Da sind beide. Achso, guck doch rechts durch. Die können von allen Seiten kommen. Genau, Bidolino, bleib du da. Guck auf Heaven. Ja. Ich bin geblockt. Ich kann nix gucken. Alle Durchgänge sind ge-smoked. Heaven. Heaven ist einer. Hab ich. Ah, hier links irgendwo, glaub ich. Da, ne? Schritte gehört, ja. Kommt durch. Hör, als ob ich den nicht hatte. Huh. Nein, da kann ich es machen. 87. Die machen Headshots ohne Ende. Die haben die doch auch getan. Die geben nur... Die klicken auch nur einmal. Die schießen nicht in das Seil, wo das so gegen... Ein Head... Wir haben die fünf Runden. Das ist ein Headshot. Nice. Sollen wir auf A gehen? Wir brauchen noch ein paar. Sind einfach die geilsten. Ja. Und wir gehen auf A. Da steht immer einer an diesem Gabelstapler, links direkt an dem gelben. Ist ja auch passend. Am besten ein paar Brandys rein. Mann. Mist. Sauber. Gabelstapler sehe ich keinen. Sehr gut. Passt auf Mitte auf. Oben. Mitte ist keiner. Was? Oben? Oben. Von hinten hab den. Radaus durch. Na, sehe ich gar nicht. Da. CT, kommt einer vor. Sauber. Einer Mitte. Hab ich. Sauber. Hab ich. Du sollst springen, um zu pingen, ey. Weil ihr die Mäcke nicht kennt. Das ist nur noch übrig. Deckt alle Zugänge und dann kriegt das hin. Da kommt der Flash. Ja. CT kommt dann nicht. Ja, da wo ich hinguck, da auch nicht. Ich glaube Tor. Also hier nicht. Ich glaube hier. Lagerhaus. Oh, dann sieht er mich hier. Das ist doof. Ja, damit können wir arbeiten, wenn ihr die Mäcke nicht kennt. Alles gut. Ja. Ja. Oh, schöne Rade. Schöne Rade. Schöne Rade, ja. Schöne Rade, ja. Schön aufgepasst. Boah, eine M4, die nehm ich mir jetzt. Luki, ich hab deine AK, aber ich spiel die selber. Nein. Ja. Ich dachte, ich verliere die jetzt. Dann können wir uns auch mal ein bisschen Rüstung gönnen jetzt. Ja. Ja. Dann können wir uns auch mal ein bisschen Rüstung gönnen jetzt. Mein Gott, jetzt sehen wir gar nichts mehr. Jetzt rückz, rückzug auf A, rückzug auf A, rückzug auf A. Ich blende. Ich hab einen von hinten. Hinter uns kommen noch welche. Ja, einer ist hier noch. Aufpassen, wenn links. Hab ich. Danke. Ich geh wieder über unseren Spawn. Über Mitte. Wend hat mich, hat 45 gekriegt. Sitzt doch im Wend. Ich blende sofort. Ich geh Blu-Door. Keine Ahnung, ich guck hier, Garage, Lagerhaus. Luki wurde da hinten irgendwo kaputt gemacht. Ich lebe noch. Einer ist im, weiß ich nicht, irgendwo im Gebäude. Ja, einen hab ich. Ich würd's euch gerne ansagen, aber ich hab den nicht mal gesehen, der Luki weggemacht hat. Der hat sich da irgendwo im Visualisierter gesteckt. Sauberdatsch. Mein Gott, schieß die Gute. Sehr schön. Will das jemand? Nein. Besser als meine Negerf. Boosten, Kari? Möchte jemand was? Ich hab Geld. Alles gut. Ich hab auch, danke. Angeber. AK bitte, geht das? Ja klar, warte, aber nimm mir die hier nicht weg. Lass mir die bitte. Ich fühl mich nur mit der SS-Gegend. Wo bist du denn? Hier. Kunde hat angefangen, ne? Ja, ja. Alles gut, bis du bereit. Nino boosten? Ja, komm. Wo denn? Hier. Los, 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 los. Wir haben schon gesmoked hier. Müssen wir aufpassen. Machen. Bisschen warten. Mitte ist keiner. Zwei Smokes, zwei Leute. Ja, ja. Die sind immer zu zweit da. Mitte, scharf links. Sauber. Ich mach Tür auf zur Ablenkung. Ja. Ich schmeiß an den Gabelstaplan das Smoke. Brand man sich. Ich schmeiß smoke in die Mitte. Oben hab ich. Weiter, weiter, weiter. Jalla, jalla, jalla. Mitte ist gesmoked. Wir können. Okay. Wir können planten. Brand in CT. Ich weiß nicht, ich hab die Bombe im Moment. Ey, wie lange sind wir, Töger? Das ist ein langes Spiel. Zwei Runden noch. Oh. Alles ist gut. Lachen die Tür zu bänden. Ja, hab ich. Ja, gleich. Oh mein Gott. Gleich wir denken. Oh, 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 oh. Wir haben gewinnt. Auf diese Entfernung. Headshot. Wacken ist Schäuerm out. Bludo ist aufgegangen. Meine meine habe ich gemacht. Das hinten. Das hinten. Da. Granit. Verzieht euch. Uuuh. Nein. Scheiße, Mann. Ah. Hab ihn. Jawohl, sauber. Ich wollte ihn auch von Pia pushen. Braucht jemand was? Nee. Nee. Kari? Nee. Klatsch, hier. Warum? Ich will das nicht. Weißt du, von... Davon bin ich schon weg. Ich habe vier Sterne. Ich bin nicht letzter. Weißt du? Hustet mich jemand? Ja. Ich brauch das nicht mehr. Nee, Benton. Das ist richtig. Ich brauch das nicht mehr. Aber mache ich natürlich gerne, wenn ihr... Links oben ist noch einer da. Das ist hinter die... Einer von wo? Oh. Einer kam von hinten. Sehr gut. Wo ist denn die nächste? Einer war oben auf diesem Gerüst. Weitergerüst. Warte. War auf jeden Fall Schritte zu hören. da oben hat er sich nicht gesehen niemals hätte ich ihn gesehen ich hab ihn leider gesehen aber zu spät wegen dieser pflanze genau den richtigen riecher gehabt so drei mehr als wir mussten auf geht's ich habe keine ahnung ich gehe ich gebe helfen links ich weiß ich habe hier mal schon gesehen versuche ich jetzt mal ich habe keine ahnung ich bin in irgendeinem fenster ja ich bin in mitte ich bin ich bin ich bin als wenn man hier wirklich auf die lange keiner ist da einer war da habe ich ein sonst habe ich ja jetzt kein gesehen so tült guck zur türen ja ich höre da ist noch einer da ist noch einer mittel ist auf gott ist wieder zu kommt raus habe ich noch eine lagerhaus noch eine nötige bombe blaue türraum ja ich hab's gesehen ich war vor dir ich habe gekämpft du hast geschossen nicht auf b gegangen ich kann den sprung noch mal versuchen also ich glaube so wie ich gerade gelaufen bin man kann auf die lampe ich folge den flossen seit wir aufgestiegen sind so silber vier sind die gegner quitten nicht mehr mit einer angeschossen wenn niemand blaue türraum der einmal über mittel überprüfen mitte noch heute ist noch einer nicht raschen position halten sauber sehr gut gemacht auch jemand was selbe teams wer kommt eigentlich mit mir eigentlich hier noch selten nur einmal b als das funktioniert das ich habe ich kenne die du hast den gelohnt das wird verbrannt alles sauber nein oh doch man kann wieder zurück geil ist immer noch b einer scheiße ja jetzt kommt er da mit der heiß um die ecke das ist geil bied oder da hat man auf die lampe kann richtig gut haben die nicht gesehen live grenade sauber sauber karri wo das weiß ich nicht b so auf dem b gang da da wo karri drauf zieht da ist sauber sauber hast du die bombe hier ja naja einer sollte a gehen oder ich bleibe hier falls sie so ein mega hardcore move versuchen es ist voll einfacher als ct weil du hier direkt über hin kommst ja sagt er und wir verlieren die runde sagt er und sieht nicht ob jemand auf a ist hey der war auf b geil gerade wo ich weggeguckt habe da macht er den kill so kriege ich keinen content zu sagen schande so jetzt wissen die aber dass ich einkommen kann geht einer heaven ich komme nicht nur in den himmel ganz bestimmt nicht ok ich gehe a finde ich gut lass du mir an karri dann kann ich eine brand werfen ich sag gar nichts ich bin loob 1 2 meter sind schritte schritte boah der nicht hingehängt ist das denn jetzt gerade so smoke von außen reingekriegt alter die ist gut den och vent vent b jo smoke schluss position wechsel mein gott wenden du schießt aber auch heute wieder wie opa gicht ey b ist durch meine herren shift drücken beim laufen hat sie ja hab ich auch der verwirrt mich hier immer der ist füsterlich ne du läufst auf strg nicht auf schiff nein die hat aufs schiff gelaufen die hat sich danach geduckt hat mal gesehen echo echo wieso läufst du denn so langsam warte ich ja damit die mich nicht hören also hier lauf ja echo hab ich gesagt loki du hab mir was man achso ist egal irgendwas danke hier ist auch einer ich glaub dann ja alles nicht warte 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 lustig gereiht warte herrn karl Granaten, B? Ja. B, komm. Jo, Stoß. Vorstoß, einer habe ich. Die schießen jetzt. Ja, Loki, die wissen, dass wir da sind. Greift die von hinten an. Ich glaube, einer ist Ventraum schon durch. Ach. Zwei sind Richtung A. Also da hinten. Da hinten. Einer ist rechts, Cari. Habe ich ihm geklaut? Jo. Ich brauche eine scheiß Waffe. Ich nehme zwei, liegt einer. Hab, 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 hab. Die sind genau da, wo Cari jetzt hinkuckt, dahin Richtung A gelaufen. Ja. Okay. Da liege ich auch gleich irgendwo. Der A rüber. Jo. Oder? A ist geplantet. Äh. Ich bin weggesmogen. Ne, doch nicht so ganz. Da meint ich links. Ich gehe nach Blu Door. Doch. Und du gehst über die Lagerhalle? Ja, komm. Ich bin hinten CT gegangen. Okay, seid zum Viert. Das schafft ihr. Fahr rein. Komm, scheiß drauf. Hallo, Diffuser? Ja, ne. Diffus. Ist keiner mehr da? Ach, Mann. Sehr schön. Möchtest du jemanden ein Auge? Ja. Ne, ich nehme ein 4. Kann er da auch? Man kann er da nicht. Äh, ich fühl die im 4 im Moment auch echt mehr. Du fühlst die? Ich fühl die auch. Ich fühl die. Ey, 4 ist so eins der geilsten Waffen überhaupt. Wenn nicht sogar die geilste. Ja, weil mit SG ist halt gut, wenn du, dass du ranzoomen kannst. Aber wenn einer vor dir steht. Ich gucke Mitte. Ist ja nicht so. Park, ich wohne. Da ist einer. Hab ihn. Dritte B. Ja, wird wieder B sein. Sauber. Haben sie da verbrannt. Der wusste nicht vorhin. Oh, die Smoke ist gut, dass ich hier durch kann. Ich hab die Idee. Ja, Bombe down. Die sind alle wieder da in der Mitte, in dem Haus. Hahaha, hab ich ihn gepusht. Nein. Toxic. Einer toxic. Boah, Alter. Heute. Dutch, versteck dich. Sauber. Das sind uns alle da macht. Nimm die im 4. Achso, ne, du hast über den 4. Achso. Nein, der fress den mal an. Alles gut. Und wir haben dann den M4 droppen. Auch. Ja, bist du er, Sabo. Warte, ja. Okay. Hab ich, hab ich. Keiner gesehen, wie geil ich den durch den Smoke gepusht habe? Mein Parcours? Ich war am Leben. Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Die sind alle hinten wieder in diesem Dings da. Okay. Guck mal, ob ich den nochmal verarschen kann, hier auf der Lampe. Schießen durch den Smoke einfach, random. Irgendeiner ist auch A unterwegs. Bin auf einem Minimap angezeigt. Ich bin auf B, ich hör die. Einer springt in der Mitte rum die ganze Zeit. Die Bombe ist A. Die Bombe, die Bombe da. Da ist noch einer im Auto, der sich versteckt mit SSG. Geil. Ich bin Cheater. In dem Raum neben dem Flur ist es, neiner. Bin auf A. A sehe ich keinen. A siehst du keinen? Ne. B ist der noch. Smoke. A. Genau da geradeaus. Da in dem Raum war der eben. Huh. Einer habe ich Mitte. Dann ist er auf B geplantet, oder? Mhm. Dann haben wir alle drei von den selben. Ah. Es ist A. Hä? Moment war doch gerade da. Ja. Und dann hat sie sich an mir vorbeigeschlichen. Wir müssen pushen. Einer übrig. Wir pushen rein, die wegwenden. Kann sein, dass der mit AWP ist. Oben nicht. Das ist nicht, Chusa. Los. Diffusion, Diffusion. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Diffusing. Tür ab. Der hat mich gemacht. Nein. Das kann nicht sein. Nein. Das kann nicht sein. Das ist doch scheiße, Alter. Von drei Leuten habe ich schnell ausgerechnet. Echo, 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 Echo. Oh, müssen wir alle Echo machen? Oh nein, keiner macht Echo. Okay. Braucht jemand noch was? Nein. Der 1, 4, bitte. Geht er dir. Danke. Noch einfach mal eine Echo machen. Müssen wir hier eine Runde drauf. Immer diese Kack sparen, ey. Ja, man könnte mehr Runden gewinnen, wenn man einfach mal eine abgeben würde. Aber wir geben keine ab. Wir haben schon neun abgegeben. Ah, einer hat mich. 90 weg. Ich glaube, es ist ein. Ja. Die ist ruhig. Die ist sehr ruhig. Ah, es ist A. Übermitte. Alter, 80 echt jetzt. Also einer minus 80, einer minus 90. Und das zweite Bild gepusht durch die blaue Tür. Ich bin weggesmoked. Hm. Ach, scheiße. Der habe ich gesehen mit RLP. Incentriere. Oh. Und da, für die Runde haben wir jetzt gekauft. Hey, da kann man nicht durchschießen. Ja, klar. Klar. Nein, das ist eine Stahltür. Da kann man nicht durchschießen. Natürlich kann man da durchschießen mit AK. Ich habe da eh auf jemanden eine volle Ladung geseift. Und da hat nix, nix ging da durch. Du sollst ja auch nicht mit Seife schießen, ne? Wo eine Tür sich schließt, da öffnet sich eine andere. So, kommt einer mit auf A, weil kann seiner D da jetzt nochmal kommen. Wenn die da eine Schwachstelle entdeckt haben. Ich komme mit. Ich folge deinen Flossen. Spiel ich mal ein bisschen defensiver oder ich gehe mal da hoch. Ich gehe mal mit. Spiel es ruhig. Es ist, ah, es ist, ah, Schritte hinter der blauen Tür. Dutch, pass auf. Ach, da ist einer, ja. Scheiße, wäre ich mal doch unten geblieben. Einer oben? Wie oben? Ach, komm schon, ey. Kein Getroffener, warte. Ich hasse diese scheiß Waffe. Einen habe ich oben? Du brennst weg. Ja, WP-Typ, links. Links am Container. Ich lenke den ab. Ey. Jetzt. Der andere vor, ey. Links und rechts. Okay, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren, noch drei Runden. Ja, war eco. Jetzt können wir kaufen. Äh, ich muss eine Brand... Blue, kommst du nochmal mit? Wir brauchen eine Brand da auch, wenn du kannst. Ja, du weißt, wo du die hinhangen willst. Nein, falsch. Wo ist die? Ja, ich habe Brand auch, aber... Ach so, okay. Du sollst auch werfen. Wir müssen die Ausgänge dann ein bisschen zumachen. Alleine B? Oh, shit. Wir sind auf Container. Nee, hier ist keiner. Hier auch nicht. Mitte, höre ich was. Okay, einer kommt. Er hat meine Brand gelöscht. Ja, sicher, ey. Ich brauche, glaube ich, Hilfe auf A. Yo. Fuck. Ich habe zwei. Oh, shit. Ich bin alleine. Save dir die Waffe. Bomb has been planted. Ich steck dich da hinter der Kissen irgendwo. Oder oben rechts hängen Waffen. Geh mal hier ran. Ich will die sehen. Ich nehme mal nichts gar mit. Geh nicht. Okay, ich gehe jetzt A, aber stehe ein bisschen defensiver. Ich stehe defensiv hinstellen und die kommen lassen. Wenn die drin sind, dann. Die kommen immer durch die... Zeig, kommen immer durch die blaue Tür. Alda rennt in meine Mitte durch. Ich bleibe hier hinten, CT. Jo. Aber ich habe scheiß Waffe. Jetzt hätte ich eine A gebrauchen können. Ich habe Schritte auf A. Granaten auf A. Die AWP Mitte. Einer ist da auch. Linke Seite. Mit der AK ein Schuss. Ich bin weg. Lächerlich. Echt. Ey, will er mich verarschen? Auf einen, da diesen komischen Container da wieder. Oh, mir ist es nicht. Oh, lol. Carrie alleine? Ach, deine AWP. Der hat durch den anderen dich erschossen. Jo. Der eine ist ein bisschen komisch. Der hat auch einmal mit der AK und zack war ich weg. Bei dir genauso. Ich... Oder lass von der Mitte auf A gucken. Oder was weiß ich jetzt. Ich bin raus. Ja. Noch einer mit auf A. Nächste Runde alle Pampern. Ja. Komm zu dritt. Ich gehe einfach B und mache dir den Rest. Jetzt ist keiner mit auf A. Einer war noch an dem Spawn. Einer ist B, äh A. Entschuldigung. Hast du den? Nein, 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 nein. Der ist rechts lang gelaufen. Seid ihr auch noch auf B verteilt? Ja, ne? Und einer in der Mitte, sonst ist das gleich weg. Sehr gut. Booyah, Junge. Nein! Oh, Mann. Sauber. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wichtige Runde. Wichtig. Wichtig. Ganz wichtig, Junge. Wichtig. Das war ein bisschen provozieren. Richtig so. Scheiße, ich muss halt Kitz machen hier. Ich bin geflasht. War das unsere? Alter, 89 habe ich diesen Pisser AG nur gemacht. Alter. Sind das unsere Flashes? Keine Ahnung. Hat er mich gesehen hier oben? Mit Sicherheit. Ah, ist im Rolltor einer. Rolltor? Rolltor. Das große Tor, wo du rauskommst. Da wo du hinguckst. Achso. Der ist jetzt durch. Der ist durch hinter dem roten Panzer. Hat der mich? Ich unterstütze A, Kari. Jo. Kann doch nicht sein. Du beherrschst die AK aber mega. Yes. Ich unterstütze A, Kari. Einer kommt jetzt zu dir. Bino. Ja, ich komme auch. Wie kann das denn sein, Mann? Wo war der? Der ist schon im Smoke unten hoch. Der andere ist in der Tür. Okay. Eins gegen eins. Da wo er immer steht. Der Frister hatte nur noch 11 HP. Ich habe ihn nicht getötet. Es tut mir leid. Alles gut. Ist auch wieder wie so ein Vollhorst, ey. Die Oper nicht. Kann man einer legen? Ne, ne. Ja, sag das auch früher. Du kannst du doch als Kaufen, Mann. Wieso sparst du denn jetzt? Go, go, go. Spenden. Was soll ich mir kaufen mit Rüstung? Außer der MP7. Scheiße auf die Rüstung. Du musst aber nur treffen. Ja, genau. Der Meister in Counter-Strike, ehrlich. So viele Stunden hat der schon. Versteht das Spiel einfach nicht. Versteht das Spiel einfach nicht. Schon einer durch, Sinclair. Nein. Scheiße. 59 weg. Ich verstehe jetzt. Sehr gerade. 14, 14. Oh, ganz knapp, ne. Tür ist aufgegangen. Einer ist im Rolltor. Da ist noch einer. Blu-Door ist Bombe. Blu-Door. Ich sehe nichts. Bombe down. Vor der Tür. Einer noch. Einer noch. Der ist im Türraum. Okay. Bombe ist down vor der Tür. Hier. Ich war schon von der Tür. Von hinten. Sauber. Ah, der war so gut. Das war auch sehr wichtig jetzt. Aber die hatten Echo. Der hatte nur eine SSG. Die hatten Echo. Wir können nicht mehr verlieren. Echo, Echo, Echo. Alles kaufen. Letzte Runde. Alles kaufen, was geht. Volle Rüstung. Alles. Schön, Echo kaufen. Der FUSA, falls ihr Geld überhaupt... Alles. Alles. Let's go, people. Let's go, people. Jetzt machen wir das. Let's go, people. Let's go swimming. Throwing smoke. Let's go, people. Let's go, people. Let's go, people. Smoke. B ist was los. Warte, ich will Feuer da hin. B ist einer. Hat mich. Flash Bank. Äh. Wie habt ihr das überlegt? Hätten wir das gehört? Ey, die ist auf Felix. 84 hat der nur noch. Äh, 16 hat der nur noch. B ist überrannt. Auf 5 gegen 2. Ah. Krieg da hin. Wo sind die denn? B. Auf B drauf. Ach, wenn mit B ist überrannt, wäre das eindeutig. Irgendwann. Irgendwann. 5 Grenade. Turn for 5. Terrorists win. Gutes Game. Gutes Game. Das erste Mal so wirklich. Schön gemacht. Sehr, sehr gut. Yeah. In die Kiste. Schöne Doppelfolge, dein Immerhin noch geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir mal wieder rein. Ich sag tschüss, auf Wiedersehen. Euer Ben. Ciao. 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 Boah, die waren gut.